Moin moin meine lieben Filmfreunde, am 23. Dezember ist es soweit, dann startet Glass Onion and Knives Out Mystery bei Netflix. Ja, die Fortsetzung zu Knives Out von Ryan Johnson bringt uns natürlich Daniel Craig zurück und ich verrate euch jetzt hier in diesem Video, ob es sich denn lohnt, den Film über die Weihnachtstage zu schauen. Also vor allem, ob der Film besser, genauso gut oder schlechter ist als der Vorgänger. Mein Name ist Ram und das hier ist meine Kritik zu Glass Onion und das spoilerfrei. Wer ist das? Benoit Bloch? Der Detektiv? Ich kann Ihnen gar nicht genug danken für das hier. Ich... Wann geht's los mit dem Krimi-Rätsel? Ja, meine lieben Filmfreunde, am 23. Dezember startet Glass Onion and Knives Out Mystery. Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung zu Knives Out, dem Kinofilm von Ryan Johnson, der einst, ja, für Jubel sorgte und vielen klarmachte, dass Ryan Johnson nach Star Wars es doch drauf hat mit Humor, mit Komödie. Damals griff er sich den typischen Mörder-Mysteries-Stoff, den auch schon Agatha Christie ewig oft, ja, umgesetzt hat beziehungsweise geschrieben hat und andere es umgesetzt haben. Nur hat er damals bewiesen, dass man dieses angestaubte Genre doch nochmal neu mit Leben, ja, erwecken kann. Und das durch Humor, überspitzte Charaktere und oft auch wirklich gesellschaftlicher Kritik. Der Film Knives Out 1 hat mir damals wirklich sehr gut gefallen. Nicht nur, weil Daniel Craig als Privatdetektiv großartig funktionierte, sondern auch, weil Ryan Johnson es hinbekommen hat, diese Murder-Mystery-Sparte für mich wieder interessant zu machen. Während zum Beispiel die Neuauflage der Agatha Christie-Krimis, unter anderem Mord im Orient Express, für mich gar nicht funktionieren, hat Ryan Johnson mit Knives Out einen Film abgeliefert, der zwar bieder daherkommt und irgendwie so eingeengt, aber alles eben sehr stimmig ist, so dass man mit all den überdrehten Charakteren, die trotzdem sehr konservativ wirkten, und einem großartigen Cast eine wunderbare, überspitzte, komödiantische Handlung erhielt. Und nun gibt es Teil 2. Nur ist dieser zweite Teil nicht direkt fürs Kino produziert worden, sondern für Netflix. Die haben sich nämlich nach dem Erfolg von Teil 1 gedacht, warte mal, den zweiten, den hätten wir gern exklusiv. Und um den zu bekommen, haben sie bei Ryan Johnson direkt mal zwei Filme bestellt und ihm 465 Millionen US-Dollar gegeben. Mit ein paar Voraussetzungen, nicht wirklich vielen. Daniel Craig muss zurückkehren als Privatdetektiv und jeder Film muss mindestens genauso viel kosten wie Teil 1. Der erste Teil hat 40 Millionen gekostet und damit können wir davon ausgehen, dass der zweite Teil mindestens nochmal 10, 20 Millionen mehr gekostet hat. Kommen wir aber jetzt zu diesem zweiten Teil. Glass Onion, A Knives Out Mystery, hat eine Lauflänge von 2 Stunden knapp 20 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Film bereits legal schauen, denn er ist seit dem 23. November bereits in ausgewählten Kinos zu finden. Hat sich Netflix gedacht, kann man ja mal ausprobieren. Aber hey, wenn ihr es nicht im Kino sehen wollt, am 23. Dezember gibt es das Ganze dann eben auch bei Netflix direkt. Glass Onion, A Knives Out Mystery, handelt letztendlich wieder von Benin Blanc, der als Privatdetektiv ja irgendwie so seinen nächsten großen Fall sucht, aber ziemlich gelangweilt ist von allem, was ihn auch so vor die Tür gelegt wird. Doch eines Tages wird er auf eine Insel eingeladen von einem sehr, sehr reichen Mann. Und er denkt sich, hey, dann gehe ich da wohl mal hin. Und dort trifft er dann auf eine Gruppe von Menschen, die alle von diesem sehr, sehr reichen Mann eingeladen wurden, um mit ihm einen Krimiabend zu verbringen, ein schönes Wochenende. Und das, obwohl alle irgendwie einen Groll gegen diesen richtig reichen Mann hegen, diesen Multimilliardär. Und natürlich, wie es sich für einen Murder Mystery Film gehört, geschieht natürlich ein Mord, der aufgeklärt werden muss. Reden wir denn auch über den Elefant im Raum? Glass Onion, A Knives Out Mystery ist also die Fortsetzung zu Knives Out, einem Film, den ich nach wie vor feiere. Und so war ich natürlich skeptisch, ob es Rian Johnson hinbekommt, den zweiten Teil ebenfalls interessant zu gestalten, so dass man sagt, okay, das ist jetzt hier nicht nur ein Abklatsch, das hier ist wirklich eine gute Fortsetzung oder eben doch eine schlechte Fortsetzung. Naja, Rian Johnson hat sich vorgenommen, pro Teil eine neue Ausrichtung vorzunehmen. Er möchte nicht einfach nur eine Fortsetzung machen, nein, er möchte Bernard Blanc immer wieder in eine andere Szenerie setzen. Und das hat er auch in Teil 2 gemacht. Während Teil 1 noch richtig bieder daherkam, für mich zumindest, weil ja alles in diesem Herrenhaus stattfand, alles sehr braun und rötlich, alles sehr herbstlich eingerichtet und von der Stimmung auch, ist der zweite Teil völlig übertrieben. Wir begeben uns auf eine Insel, wo eine riesen Glaszwiebel das Hauptgebäude ziert, wo ein Multimilliardär lebt, als gäbe es kein Morgen und als gehöre ihm die Welt. Wo überspitzte Charaktere im Mittelpunkt stehen, die allesamt aus unserer Welt gegriffen sind, aber völlig überspitzt dargestellt werden. Da gibt es den Influencer Dave Bautista, da gibt es seine Blondine gespielt von Madeline Klein, dann gibt es aber auch eine Catherine Han, die Politikerin ist, dann gibt es aber auch noch einen Wissenschaftler, dann gibt es auch noch die Assistentin Jessica Henwick und noch die ein oder andere Person, die ich hier nicht näher nennen möchte. Interessant ist, dass Rian Johnson mit all diesen unterschiedlichen Charakteren es dennoch geschafft hat, eine Geschichte zu präsentieren, die in der Welt von der Knives Out Mystery Reihe funktioniert. Er möchte uns hier wieder einmal so ein bisschen den Spiegel vorhalten von unserer eigenen Welt, das eben sehr überspitzt und trotzdem so, wie es eben manchmal auch abläuft, dass eine ganze Gruppe von Menschen vielleicht von einem anderen Menschen abhängig sind und das, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. Und mittendrin ein Privatdetektiv, der da eigentlich gar nicht hingehört und bezaubernd, großartig und einfach fantastisch von Daniel Craig verkörpert wird. Ich bin gar nicht gut bei so einem Quatsch. Kreuze im Kästchen, rumrennen, dann alle Zimmer durchsuchen, das ist ein furchtbares, furchtbares. Schon beim ersten Teil merkte man Daniel Craig an, dass er richtig Bock auf diese Rolle hat, hier mal wieder einen anderen, etwas schrulligeren Typen zu spielen, trotzdem mit Eleganz und mit seinen Eigenarten. Und das setzt er nun auch in Teil 2 fort, also seine Ausstrahlung. All das, was er hier in den Film reinbringt, macht einfach unglaublich Spaß. Jede Szene mit ihm hat so sein ganz eigenes Feeling und es gibt einen Moment, wo alle am Tisch sitzen, wo ich mir dachte so, wow, das ist einfach seine Rolle. Und man merkt ihm richtig an, dass er zum aktuellen Zeitpunkt zumindest richtig Bock drauf hat, diese Rolle noch 10, 20 Jahre zu spielen, solange man ihn lässt. Hier hat Rian Johnson auf jeden Fall eine ikonische neue, ja, Detektivrolle erschaffen, die eben von Daniel Craig ausgelebt wird. Doch wie gesagt, es sind auch die anderen Charaktere, die großartig besetzt sind, die hier einfach nicht nur gut geschrieben, sondern eben auch gut gespielt sind. Alles wirkt, wie gesagt, völlig übertrieben und das muss man mögen und wenn man sowas nicht mag, dann ist das auch einfach nichts für einen. Aber so wie Rian Johnson das hier darstellt, passt es schon irgendwie zusammen und wenn man das annehmen kann, dann merkt man schon, dass hier eben in der Meta-Ebene auch immer wieder kritische Dinge drinstehen, dass man uns hier auch immer so ein bisschen was mitgeben möchte und gleichzeitig schafft man es aber eben, diesen Charakteren glaubhaft einen Mord unterstellen zu können, so dass es innerhalb des Filmes auch immer wieder, ja, Drehungen gibt in der Möglichkeit, wer denn hier eigentlich der Mörder ist. Denn in dem Mörder-Mystery-Film geht es natürlich vor allem darum, den Mörder zu finden. Und während ich bei zum Beispiel diesen Agatha Christie-Verfilmungen immer denke so, boah, das ist so langweilig, das ist so langgezogen, das macht irgendwie keinen Spaß, schafft es Rian Johnson einfach das Ganze mit schwarzem, ja, sehr finsteren Humor und klischeehaften Elementen einfach so ein bisschen Spannung, aber auch Spaß reinzubringen. Allerdings muss ich sagen, dass es eine Strecke innerhalb des Filmes gibt, wo ich gedacht habe, okay, das zieht sich jetzt schon extrem. Der Film startet sehr, sehr temporeich. Man wird direkt reingezogen und man merkt so richtig, okay, hier geht was ab, hier ist einfach ein großartiger Cast, dieser Film wird mir Spaß machen. Doch dann gibt es im Film mittendrin einen Break, wo ich gedacht habe, wow, wann endet dieser Break? Und war der Break ein bisschen zu lang? Und warum muss man uns das so präsentieren? Hätte man das nicht anders lösen können? Naja, die einen oder anderen werden das vielleicht sogar mögen. Ich persönlich fand das nicht so gut. Und wenn ich noch etwas negativ kritisieren möchte, dann ist es wohl, dass der ein oder andere Charakter ein bisschen zu kurz kommt. Und ich manchmal das Gefühl hatte von, okay, vielleicht hätte es ein Charakter weniger auch getan. Aber ansonsten kann ich den Film nicht wirklich negativ kritisieren. Diese beiden Dinge sind es, die mich gestört haben. Aber sonst ist es ein wirklich witziger Murder Mystery Film, der mit beißender Gesellschaftskritik daherkommt, über spitzten Charakteren und einem unglaublich großartigen Daniel Craig. Aber ich möchte auch nicht Edward Norton vergessen, denn der spielt diesen überreichen Milliardär und der macht seinen Job auch unglaublich gut. Es macht einfach viel Spaß, ihm zuzuschauen. Aber das führt mich letztendlich dann auch zu meiner Meinung, dass Glass Onion and Knives Out Mystery eine großartige Fortsetzung ist. Meines Erachtens kann man Teil 1 und Teil 2 nicht komplett miteinander vergleichen, vor allem weil Teil 1 damals eben auch irgendwie was Neues war. Aber Teil 2 schafft es, eine gute Fortsetzung zu sein, weil man eben andere Wege gegangen ist, alles übertriebener darstellt, glanzvoller, alles so, als hätten sie vielleicht mehr Budget bekommen. Haben sie natürlich auch. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir drücken da jetzt einfach nur Geld rein, dann wird es schon geiler. Nee, nee, nee. Rian Johnson hat es hier wirklich geschafft, auch trotzdem wieder ein gutes Buch zu schreiben. Also ein Drehbuch, ein gutes, gute Dialoge und eben spannende Charaktere, die Spaß machen, ja, zu verfolgen. Wo man wirklich Bock drauf hat, herauszufinden, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Und es gibt schon einige Momente, wo auch ich gedacht habe, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Also, wenn ihr auf beißende Gesellschaftskritiken mit satyrischem Unterton steht und Daniel Craig einfach schon im ersten Teil mochtet, dann schaut euch unbedingt Teil 2 an. Und falls ihr es schon getan habt, schreibt gerne eure Meinung unten rein und schreibt mir gerne auch mal rein, wie ihr eigentlich Knives Out 1 findet. Da unten rein, das war's. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.